Guten Tag, liebe Freunde, 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 Familie und all the other people. Vielleicht merkt man es mir an, ich bin etwas aufgeregt. Wir haben gerade was abgeholt und ich möchte es sofort mit euch teilen. Da morgen der 27. Februar ist und das heißt Pokémon Day. Pokémon wird 25 Jahre alt. Also ein Jahr älter als ich. Fast. Also ein halbes Jahr älter als ich. Auf jeden Fall sehr, sehr cool und ich habe schon das auch angesprochen mit den Boosters aus dem McDonalds, die es bisher nur in Amerika gibt. Der McDonalds Wahnsinn nimmt kein Ende. Wir haben sie, Leute, wir haben sie. Wir haben sie genau hier liegen, Friends. Das ist eine. Das ist eine. Und ich glaube, das war es. Das sind die zwei verschiedenen. Friends, ich freue mich anders. Hier sieht man die 25 in der Ecke. Wirklich sehr cool. Und in dem Sinne machen wir jetzt auf jeden Fall 10, 15 Stück auf. Ich weiß, da sind Starter drin. Das Pikachu, habe ich gehört, ist letztens für 18.000 Euro verkauft worden. Die Summe dieser Karte war 18.000 Dollar. Safe, fake, aber 18.000 Euro. Stellt euch vor, wir ziehen jetzt das Pikachu und kriegen einfach 18k dafür. Friends, dafür könnten wir uns unser Leben lang krasse Pokémon Karten kaufen. Yeah! Spaß, ohne lang zu schnacken. Wir machen jetzt ein paar auf und schauen, was wir ziehen. Je nachdem, was wir ziehen, werden wir auch mehr ziehen oder auch nicht mehr ziehen. Äh, aufmachen. Auf jeden Fall, bis gleich. So, Friends, ich freue mich wirklich mega drauf. Die Packs sehen genau so aus, dass es ein weißes ist. Und dann gibt es hier noch die schwarzen. Schauen wir gleich mal rein. Im weißen, ich glaube, da sind immer ein Pack. Schaut es euch an. Ein Pack. Sowas da. Gehe ich nochmal zur Seite. Und dann gibt es hier anscheinend immer ein kleines Spiel. Sehr, sehr cool gemacht. Pokémon, wirklich wieder Props. Wirklich cool für Kinder gemacht. Die Verpackung sieht schon sehr cool aus. Ist natürlich hier aus Pappe. So, was haben wir dann hier noch drinnen? Anscheinend hier was zum Basteln. Einmal so. So, so, so. Oh, hier Flamli. Gekabor und... Ich weiß es wieder nicht. Wie heißt denn der? Wie heißt denn der, Bro? Hydropi. Hier nochmal alle vier. Wirklich sehr süß. Also, es schaut aus wie eine Deckbox. Hier anscheinend noch ein Deckel. Ein Deckel. So. Und dann kann man das hier. Hier das 25 Jahre Logo. Wirklich sehr cool. Wenn man das hier zu macht. Dann... Oh. So, mit dem Pokéball. Ah, sehr, sehr nice. Wirklich sehr cool. Aber mir fällt gerade auf... Ah ja. Die gibt es noch mit verschiedenen Starter-Pokémon. Weil ich habe zwei schon geöffnet. Da waren aber keine Booster dabei. Hier mit Plinfa, Chaplin und dem Affen. Ich weiß nicht genau den Namen. Also, wirklich sehr cool. Und dann natürlich das Booster-Pack. Wir schauen jetzt mal... Wir machen jetzt erstmal die 10 hier auf. Ach nee. Friends. Wir machen jedes nacheinander auf. Schauen wir mal, was hier drin sein kann. Ich glaube, da sind drei Karten drin. Und eine Foilt garantiert. Und alles nur Starter-Pokémon. Und direkt als erstes die Holo-Karte. Das ist gar nicht gut. Dann müssen wir die Booster hier irgendwie anders öffnen. Auf jeden Fall hier alles in Englisch natürlich. Weil die gibt es noch nicht in Deutschland. Aber wenn es die in Deutschland gibt, dann werden wir einer der Ersten sein. Auf jeden Fall. So, hier. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß den Namen nicht. Sehr süß. Dann hier dieses Chess-Pin, was ich gesagt habe. Und ein Torchic. Friends. Dessen Holo müssen wir unbedingt besitzen. Also. Es gibt auf jeden Fall ein Holo Pikachu. Habe ich euch ja schon gesagt. Es wurde letztens für 18.000 Dollar versteigert. Das ist auf jeden Fall das, was wir ziehen wollen. Die Chance ist, wenn man es ausrechnet, 1 zu 25, weil es gibt 25 verschiedene Starter-Pokémon. Und in jedem ist eine Shiny garantiert. Ich werde die alle auf jeden Fall verlieren. Aber nicht jetzt. Das würde uns zu viel Zeit kosten. So, hier wieder mit der dritten Generation. Sehr cool. Und ein Pack. Friends, wie machen wir das, dass wir die Karte nicht spoilern? Ich muss es so aufmachen. So, dass ich es auch selber nicht sehe. Zack. Genau so. Genau das war der Plan. Dann kommt die nach hinten. Und ein Plinfa. Sehr, sehr süß. Dann Fennekin. Ein Chimcha. Genau, so hieß das. Und unsere Holo. Oh, shit. Einfach ein Indivie. Wie süß, Leute. Friends, das Artwork ist so zucker. Also, wir haben schon mal zwei verschiedene. Machen wir mal weiter. Welche Generation? Diesmal wieder die dritte. Bin mal gespannt, ob es nur die zwei gibt oder da noch andere Generationen sind. So, Pack wieder so öffnen, dass es keinen mehr nicht sehen kann. Die Packs sind hier irgendwie nicht wie die anderen. So, nicht so wie gewohnt aus Plastik, sondern eher so Papier. Finde ich sehr gut. Der Umwelt entgegen. Scheiß drauf. So, Grookey. Ein Fennekin hatten wir gerade schon. Oh, Skoponi. Auch sehr süß. Sehr, sehr cool. Und unsere Holo. Otto, Otto, Otto. Irgendwas mit Otter. Oscherwort hier auf Englisch. Sehr cool. Auch die Qualität der Karten ist wirklich sehr gut. Im Gegensatz zu den ganzen anderen Karten. So, dann machen wir nochmal ein weißes hier auf. Was haben wir diesmal? Wieder die dritte Generation. Friends, was passiert hier? So, Kartentrick. Oh, ein Bisasam. Sehr, sehr süß. Dann das Indivir, das wir schon gezogen haben. Sehr cool. Hier ein... Gibt es da verschiedene Artworks? Ich habe es jetzt nicht gesehen. Wie heißt es? Mir fällt es nicht ein. Ich habe es doch gerade noch gesagt. Okay. Und ein Chimcha in Holo. Sehr, sehr süß. Boah, Friends. Die Starter sind wirklich alle so Zucker. Wir machen hier mal die Holos zur Seite. Vier. Vier. Vier Holos. Ganz vorsichtig. Zur Seite. So. Wenn wir das ganze Set haben, das wäre schon sehr, sehr cool. Das ganze Set. Schon wieder die dritte Generation. Was passiert denn hier? Hä? Oder ist die oben auch hier drauf? Nö. Okay. Ah, vielleicht ist bei den weißen Packs immer die dritte Generation und bei den schwarzen Packs die vierte. Das würde Sinn ergeben. So. Einmal nach vorne. Wir haben noch gar... Ich wollte gerade sagen, wir haben noch kein einziges Pikachu. Da ist es. Und dieses in Holo. Das ist unser Ziel. Mealtime. Sehr cool. Dann Popplio. Ein Tortodile. Friends. Auch eins meiner favorite Pokémon. Favorite Starter. Und... Oh mein Gott. Das muss sofort in die Folie. Auf jeden Fall. Ein Charmander. Friends. Ich glaube, das Artwork ist sogar schon bekannt, oder? Irgendwoher kenne ich dieses traurige Charmander. Haben wir das nicht sogar? Ich muss mal kurz nachschauen. In unserem Ordner. Da sind nämlich alle unsere Charmander drin. Nein. Das haben wir nicht. Aber irgendwoher ist mir dieses Artwork auf jeden Fall bekannt. Auf jeden Fall sehr cool. Die Karten werden eigentlich zu 100% Sammlerwert haben. Weil es hier mit dem 25-jährigen Pikachu drauf ist. Und wirklich was sehr Besonderes mit dem Artwork und der Glycer Folie. Auf jeden Fall sehr cool. Schauen wir mal, was im Schwarzen drin ist. Wenn da jetzt die vierte Generation ist, dann könnten wir tatsächlich rechter... Oh! Zweite Generation. Auch sehr, sehr cool. Eine meiner Favorites. Zweite und dritte Generation sind auf jeden Fall meine Favorites of all time, man. Das sind einfach die Goats. So, glaubt ihr, wir ziehen das Pikachu aus den 10 Packs? Hier Charmander, was wir gerade in Holo gezogen haben. Wirklich sehr cool. Und Feuerriegel. Auch sehr cool. Ein Rollet. Und unsere Holo-Karte. Boom. Ein Feuerriegel. Ich habe es gerade noch gesagt. Ich freue mich tierisch auf dieses Feuerriegel. Sehr, sehr cool. Kommt auch sofort in eine Folie rein. Sehr geil. Und wirklich, die Qualität der Karten ist wirklich sehr gut. Centering, Mentering. Oben vielleicht ein bisschen kleiner als unten. Und hinten aber auch sehr gut. Kein Whitening, kein gar nichts. Die Karten sehen sehr, sehr fresh aus. So, machen wir weiter. Schon wieder die dritte Generation. Hä? Was, Bruder? Öffnen wir dieses Pack. Hoppala. So, oben. Ein Froakie. Das haben wir auf jeden Fall schon in Shiny gezogen. Sehr cool. Ein Indie. Ein Roulette. Sehr cool. Und unsere Shiny. Äh, Holo meine ich. Boom. Torchic. Mein Favorite Pokémon von allen Startern in Holo. Wirklich sehr, sehr cool. Haben wir jetzt eigentlich alle Feuerstarter schon? Ich muss mal kurz gucken. Wir haben Torchic. Wir haben Feuerriegel. Wir haben Glumanda. Litten. Und Chimcha. Ja, wir haben alle. Oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Kommt da noch mehr? Ah, doch. Dieses Schwein haben wir noch nicht. Aber ich weiß nicht, ob das Schwein, die Generation vom Schwein dabei ist. Ich habe doch gesagt, 1 zu 25 ist die Chance, oder? Schon wieder dritte Generation. Friends, irgendwas ist hier ganz komisch. Also, ich habe eigentlich alles gezogen, was ich wollte. Jetzt fehlt nur noch das Pikachu. Friends, drückt uns die Daumen. Ein Snimey. Oh, auch unser erstes Schicki hier. Sehr schön. Rowlet. Und. LOL. Also, wir haben alle Feuerstarter. Auf jeden Fall. Da ist Schweinchen auch dabei. Boom. Sehr, sehr cool. Nochmal die dritte Generation. Friends. Sehr, sehr, sehr komische Sachen passieren hier. Nicht spoilern. Ein Bisasamen. Das Indivier. Das ist auch sehr, sehr. Das haben wir auch noch nicht, oder? Also, das haben wir auch noch nicht. Und. Unsere letzte Karte. LOL. Auch sehr süß. Kann man nicht sagen. So, wir haben noch drei Packs für heute. Machen wir die auch noch schnell auf. Und dann schauen wir uns unsere Pulse an. Freue ich mich am meisten drauf. Und dann können wir die in unsere coolen Deckboxen reinpacken. Friends, drei Booster noch. Glaubt ihr, es ist ein Pikachu dabei. Weil, würde mich wirklich sehr freuen. Hier, Bisasam. Ein Indivier. Raulett. Und unser Pikachu. Boom. Ein Plinfer. Auch cool. Haben wir das schon in Holo? Weiß ich gerade gar nicht. Wartet mal. Ich schaue mal nach. Ah, nee. Wir haben den Otto. Otto. Otto Rova. Oder wie der hieß. Keine Ahnung. So. Dann machen wir mal mit den Weißen weiter. Und das Schwarze kommt zum Schluss. Hier einmal die zweite Generation. Sehr cool. Friends. Ich darf die Karte nicht sehen. Ich will mich nicht spoilern. Zack. Bumm. Bäm. Und, oh, auch unser erstes Gekka-Boar. Sieht wirklich fresh aus. Richtiger, böser Boy. Dann, ich glaube, das ziehen wir auch zum ersten Mal. Aus der aktuellen Generation. Wasserstarter. Raulett. Unser, äh, 40. Zirka. Und, boom. Oh, Snivy. Ein sehr fresher Dude. Gut. So. Dann kommen wir zum letzten für heute. Ja. Es ist das letzte für heute. Und wenn es kein Pikachu sein wird, dann kommen auf jeden Fall nochmal Openings zu diesem Set. Last Pack Magic wird unser erhofftes Pikachu hier drin sein. So. Da ist es. Da ist es ja. Und jetzt noch in Holo. Dann sind wir glücklich. Pikachu. Ein Schicki. Torchig. Sehr cooles Pack. Und. Äh, äh. Und dieser Affe hier. Jetzt haben wir schon ein paar Äffchen hier, ne? So. Dann gehen wir mal kurz ganz schnell unsere Hits noch durch. Dass ich alles verlieren kann. Und einordnen. Und dann sind wir durch für heute. Keine Ahnung, wie der heißt, der Bruder. Dann Snivy. Oshawott. Plinfa. Sehr, sehr cool. Litten. Feuer. Feuer. Oh, Indie wir auch. Sehr, sehr cool. Wirklich sehr süß. Dann dieser Boy hier noch. Und ich glaube, von den Feuerstartern haben wir tatsächlich alle. Nehmen wir die nochmal mit hoch hier. So. Einmal, äh, keine Ahnung. Äh, Katze. Äh, Schweinchen. Dann Flemmli. Igelava. Und tatsächlich das Glumander. Wir haben es gezogen. Wirklich sehr, sehr süß. Friends. Die Karten sind wirklich alle sehr, sehr süß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir werden auf jeden Fall noch mehr davon aufmachen. Aber für heute reicht es erstmal. Ich muss mich ein bisschen beruhigen. Wir haben das Pikachu nicht gezogen. Deswegen müssen wir auf jeden Fall weiterziehen. Und hoffen, wir bekommen es auch. Ähm. Ich werde die Karten auf jeden Fall alle folieren und einordnen. Wirklich sehr, sehr coole Karten. Ich hoffe, die haben euch auch gefallen. Mir auf jeden Fall sehr. Ich kann mich auch, also Starter-Pokémon immer ein Liebling aller Menschen. Deswegen sehr, sehr cool. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, wunderschönen Abend und einen wunderschönen guten Morgen. Und falls ihr das Video am 27. Und falls ihr das Video am 27. anschaut, einen wunderschönen Pokémon-Day euch. Ich werde es einen Tag davor hochladen. Auch so ein bisschen als Vorspann auf den krassesten Tag für uns alle. Den Pokémon-Day. Und ja, wie gesagt, wenn ihr es heute anschaut, viel Spaß morgen. Und wenn ihr es irgendwann anschaut, hoffentlich hattet ihr einen schönen Tag. Und Abo, Mabo, Glocke, Mocke, Like, Mic. Ihr wisst Bescheid. Und auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen.